Das sind Begriffe, die kenne ich nicht, die sind so kreiert worden von Leuten, eben von der Blue Man Group. Also das war schon eine etwas spezielle Welt. Da reinzuspringen war schon, vor allen Dingen eben, ich kam ja aus dem Paralleluniversum des klassischen Theaters, also Stadt. Spring über deinen Schatten. Der Podcast mit Impulsen für ein erfolgreiches, also glückliches und zufriedenes Leben. Herzlich Willkommen, mein Name ist Gabi Graupner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche zehnte Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Wir brauchen nicht so vorzuleben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zum neuem Leben ein. Ein Zitat von Christian Morgenstein. Christian Morgenstein ist der Mann mit den vielen Vornamen Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern. Er war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer. Was soll dieses Zitat uns sagen? Es bezieht sich zum einen einmal auf einen Ausspruch, den mein Schattenspringer der Woche getätigt hat. Ihr werdet das im Interview nachher hören. Und zum anderen sagt dieses Zitat natürlich ziemlich deutlich. Du hast täglich die Wahl, dich neu zu entscheiden. Denn egal was wir tun, ob wir links rum gehen oder rechts rum gehen, das ist eine Metapher. Wir zahlen immer einen Preis. Ob wir heute in die Arbeit gehen, zahlen wir einen Preis. Ob wir nicht in die Arbeit gehen, wir zahlen einen Preis. Ob wir uns einen Tag Urlaub nehmen, wir zahlen einen Preis. Ob wir uns krank melden, wir zahlen einen Preis. Das Wichtigste daran ist, dass du entscheidest, welchen Preis du zahlst und dass du dir über diese Entscheidungsmöglichkeit bewusst bist. Denn dann ist das, was Christian Morgenstern gesagt hat, auf dich genauso zuzutreffend wie auf mich. Denn wir brauchen nicht so vorzuleben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. Und jetzt habe ich eine Bitte an dich in eigener Sache. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Du erhältst diesen Podcast kostenfrei und regelmäßig. Als kleines Dankeschön bitte ich dich, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Wenn du möchtest, mit 5 Sternen. Feedback ist auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und du hilfst mir damit, bei iTunes ein gutes Ranking zu erhalten. Ich danke dir sehr dafür. Und nun zum Tipp der Woche. Vor einigen Jahren habe ich einen Claim für mich gesucht. Also einen persönlichen Satz, ein persönliches Wort, eine persönliche Aussage, die sozusagen in wenigen Worten, am liebsten sind immer so drei, maximal vier Worte, manche schaffen es auch mit einem Wort, eine Aussage über mich macht, in der man sofort erfassen kann, für was ich stehe. Und ich habe dazu eine Reihe von Menschen befragt, zum Beispiel Freunde, Kunden, Familienmitglieder, Kollegen, aber auch in meinem Verband, welche Eigenschaftsworte sie denn mit mir in Verbindung bringen. Natürlich habe ich auch vorher meine eigenen Stärken und aber auch meine Wachstumsbereiche definiert, um herauszufinden, wie ich mich sehe und wo ich meine Stärken sehe und gleichzeitig natürlich auch, wie meine Umwelt mich sieht. Also der Unterschied zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Und am Ende gab es ein Ergebnis. Also ein Wort, eine Eigenschaft, das für meine Stärke steht und das sich immer wieder bei den Rückmeldungen der Menschen, die ich gefragt habe, herauskristallisiert hatte. Und dieses Wort hat danach die Grundlage für meinen Claim gebildet. Ich erzähle euch später gleich mehr dazu. Doch es ist nicht nur um diesen Claim gegangen. Als Kind wurde ich mit einer ganzen Reihe von negativen Adjektiven über Jahre belegt. Du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts, aus dir wird nie was werden. Der eine oder andere von euch hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Manchmal sind es die Eltern, manchmal die Lehrer, manchmal eine Person, zu der wir vielleicht aufgeschaut haben, die wir besonders mochten oder besonders bewundert haben, manchmal vielleicht sogar ein relativ Fremder oder eine relativ Fremde, aber trotzdem hat uns dieser Satz, diese Aussage sehr getroffen und nagt vielleicht auch Jahrzehnte danach noch an deinem oder meinem Selbstbewusstsein. Also, ich war mir ja damals eben noch ein wenig unsicher, ob meine Eigenwahrnehmung der Fremdwahrnehmung entspricht. Was ist dein Nutzen, dass ich dir das heute in dieser Podcast-Folge als Tipp der Woche erzähle? Vielleicht steckst du ja gerade in einer Situation, wo du darüber nachdenkst, dich zu verändern. Du willst vielleicht eine neue Aufgabe in deinem Unternehmen übernehmen, Gruppenführung, Abteilungsführung, Abteilungsleitung. Vielleicht willst du generell einen neuen Job suchen, bist auf der Suche, auf der Veränderung, etwas anderes tagtäglich zu arbeiten. Vielleicht planst du auch, in die Selbstständigkeit zu gehen. Oder vielleicht gibt es auch die eine oder andere Geschichte im Thema deiner Partnerschaft. Dabei könnte es um eine Business-Partnerschaft gehen, wo du sagst, du suchst einen Partner, eine Partnerin im Business, die dich ergänzt, beziehungsweise die Bereiche, die vielleicht bei dir die Wachstumsbereiche sind, durch die Stärken dieser Person eben ergänzt. Oder es geht um eine private Partnerschaft, wo du eventuell auch neu auf der Suche bist oder merkst, dass die laufende Partnerschaft nicht mehr ganz so harmonisch ist, wie du dir das vorgestellt hast und wo du dir überlegst, was du dazu beitragen könnte, dass das wieder besser wird. Und es kann ja ganz spannend sein, denn ich mache das mal fest an einem Beispiel. Wenn du dich persönlich sehr als geduldig wahrnimmst, in deiner Eigenwahrnehmung, aber niemand in deiner Fremdwahrnehmung dieses Wort geduldig für dich anstreichen würde, beziehungsweise markieren würde, dann wäre das unter Umständen ein Grund darüber nachzudenken, ob Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung eben miteinander konkurrent sind. Ich habe dir heute drei Tipps mitgebracht, die dir helfen, diese Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung eben zu analysieren und danach auch für dich sehr viel Gewinn und Nutzen herauszuziehen. Als erstes hast du die Möglichkeit, einmal festzustellen, die Eigenwahrnehmung. Und dazu gibt es die sogenannten Juhari-Adjektive. Die 56 Juhari-Adjektive findest du in der PDF, die als Link bei der Beschreibung, also in den Shownotes zum Podcast dabei sind. Nimm dir dieses PDF und such dir da fünf bis sechs Eigenschaften heraus, die du persönlich als hauptsächlich auf dich zutreffend beschreiben würdest, beziehungsweise bestimmen würdest. Das ist Tipp 1. Tipp 2 ist, anschließend gibst du diese Liste, dieses PDF, neu ausgedruckt, als PDF kannst du es ja immer wieder ausdrücken, an Menschen weiter, auf deren Meinung du Wert legst und die dich weniger gut kennen, gut kennen oder sehr gut kennen. Also es ist nicht ratsam, sie nur den Handvoll oder zwei Handvoll besten Freunden zu geben, sondern trau dich ruhig, ein paar Ringe weiterzugehen. Also Ringe heißt, der engste Ring um dich herum ist deine Familie, deine engsten Freunde. Dann gibt es die freundschaftlichen Beziehungen, dann gibt es die Bekannten und dann gibt es eben vielleicht Kunden, vielleicht Kollegen, mit denen man seltener was zu tun hat. Also die Ringe werden immer weiter, aber diese Menschen haben ja auch einen Eindruck von dir und es braucht ein wenig Mut, die anzusprechen. Ich habe es ausprobiert, ich habe es dir schon erzählt, aber es funktioniert. Und wenn mal einer sagt, nee, das möchte er nicht, ist das ja auch in Ordnung. Du kennst bestimmt genügend Menschen, um da gleich eine Alternative dazu zu finden. Und du gibst ihnen dann diese Liste und bittest sie darum, eben heraus zu, also anzumarkern, herauszufinden, anzustreichen, wie sie dich mit welchen fünf bis sechs Adjektiven aus dieser Liste sie dich belegen würden, wo sie sagen, das genau bist du, das entspricht sozusagen der Art und Weise, wie sie dich ja wahrnehmen und wie sie dich Tag für Tag erleben. Und das Interessante daran ist, du kannst natürlich dazu auch zwei, drei Fragen mitgeben, zum Beispiel die Frage, was schätzt du, beziehungsweise sie, je nachdem, wie in welcher Art von Kontakt du mit der Person stimmst, besonders an mir, woran sollte ich noch arbeiten, weil es aus deiner Sicht um einen Wachstumsbereich, also eine sogenannte Schwäche, ich finde das Wort Wachstumsbereich immer viel schöner, handelt. Und die dritte Frage wäre, welche Eigenschaften, also von diesen Adjektiven, unterstützen aus der Sicht dessen, den du gefragt hast, zum Beispiel dein Ziel einer Bewerbung, dein Ziel des Selbstständigmachens, dein Ziel auf Partnersuche zu gehen oder was auch immer, du mit der ganzen Aufgabe verbindest. Ein viertes Beispiel für so eine Frage könnte sein, woran sollte ich aus deiner Sicht, also aus der Sicht dessen, der eben diese Adjektive, die Fremdwahrung für dich vornimmt, noch arbeiten, um mein Ziel, vielleicht leichter, besser, einfacher, erfolgreicher, du entscheidest, welches Wort da am besten passt, zu erreichen. Das wäre Tipp 2, also die Fremdeinschätzung, die Fremdwahrnehmung durch ausgewählte Personen. Ja, und Tipp 3 ist, dass du anschließend das Gespräch mit diesen Menschen suchst, und zwar besonders mit den Menschen, die eine überraschende Eigenschaft angegeben haben, angemarkert haben, angekreuzt haben, je nachdem. Und dabei geht es sowohl um positive Eigenschaften, also ein Wort, wo du nie für dich gewählt hättest, ein Eigenschaftswort, was dich überrascht hat, dass diese Person das an dir sieht, und es gilt natürlich auch für die Wachstumsbereiche. Beispiel, du siehst dich als ruhig und entspannt an, und jemand anders schreibt eben, dass du eher sehr aufgeregt bist, eine kurze Lunte hast, wie man immer so schön sagt, je nachdem. Und wenn du dieses Gespräch suchst, gibt es ein paar Dinge, die dabei sehr wichtig sind. Wichtig dabei ist zum Beispiel, dass du zuhörst und nicht redest. Du hast absolutes Redeverbot, wenn diese Feedbackgespräche stattfinden, wenn du also nachfragst, wie sie denn zu diesem Ergebnis gekommen sind. Was du tun kannst, sind, dass du gegebenenfalls Beispiele erfragst. Das heißt, wenn du dir das, was die Person sagt, gerade nicht vorstellen kannst, nicht ein richtiges Bild hast, dann kannst du durchaus fragen, wie mache ich das denn oder wann habe ich denn das gemacht oder wann mache ich das immer gerne, was immer das für ein Wort oder eine Eigenschaft auch war. Was ganz wichtig ist, es geht nicht um Rechtfertigung. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu erklären, warum du das machst und dass du das gar nicht so meinst und dass das sowieso nur einmal der Fall war, weil das ist nicht wichtig, weil um das geht es nicht. Sondern es geht ausschließlich darum, dass du ein Verständnis für dich von deiner Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung bekommst. Und ich, nicht in Zeiten wie diesen, aber die Jahre davor habe ich jedes Jahr in Berlin, in der Urania, eine Moderation durchführen können, die so funktionierte, dass eben ein Redner, eine Rednerin einen Vortrag gehalten hat und 20 Minuten und anschließend das Publikum 10 Minuten Feedback gegeben hat. Und auch da war die eiserne Regel, der Redner, die Rednerin sitzt nach ihrem Vortrag auf einem Stuhl auf der Bühne, der heiße Stuhl, du kennst das vielleicht aus anderen Kontexten heraus und hat das Feedback einfach ruhig und nachdenklich und aufmerksam angenommen und nur dann etwas gesagt, wenn es um Verständnisfragen ging. Anschließend, wenn diese Rückmeldung da ist, bedanke dich einfach ganz herzlich bei dieser Person. Verzichte weiterhin auf Rechtfertigung, verzichte auch auf Widerspruch und viel wichtiger ist, dass du dann danach einfach reflektierst, was du annehmen kannst, was du vielleicht verändern möchtest oder sogar verstärken möchtest, je nachdem und freue dich natürlich vor allen Dingen auch über die ganz positiven Dinge, die ganz positiven Eigenschaftsworte, Adjektive aus dieser Johari-Adjektiven-Liste, die dann bei dir angekommen sind. Ja, jetzt vielleicht noch abschließend, was ist bei mir damals herausgekommen? Also das Wort, das immer wieder angestrichen, angemagert, aufgeschrieben worden war, war in meinem Fall mutig, mutmachend, also die Mutmacherin. Das wäre auch ein sehr schöner Claim gewesen, der war nur schon vergeben, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt mindestens zwei Frauen, die sich in ihrem Claim bereits als die Mutmacherin bezeichnete und deswegen habe ich dann aus diesem Wort heraus Synonyme gesucht, die auch noch gut passen würden, kam dann auf das Wort Impulse und also die Impulsgeberin und dann, um marketingtechnisch das Ganze abzurunden, hieß das Ganze dann Impulse in Rot. So habe ich das damals für mich genutzt und habe natürlich auch wieder eine Menge über mich gelernt und genau das Gleiche wünsche ich dir jetzt auch, dass du eine Menge über dich lernst, dass du motiviert bist, positiv überrascht bist und diese ganze Aufgabe einfach unglaublich genießt und ja, auch dieses Überraschungsgefühl fühlst, wenn dann da spannende Ergebnisse herauskommen. Viel Erfolg dabei! Und jetzt kommt der Schattenspringer der Woche. Herzlich willkommen zu meinem Schattenspringer der Woche. Er ist ein spannender Mann und er hat viel mit Künstlern zu tun, denn er ist von Beruf Regisseur und Coach. Man, die haben schon viele Menschen gehabt, die ein Studium abgeschlossen hatten, aber noch nie jemanden, der ein Regiestudium abgeschlossen hat mit Diplomabschluss, das ist schon mal was Besonderes, finde ich. Außerdem ist er Artistikdirektor und Trainerdirektor der Blumen Group gewesen. Das kennen wir alle, die Männer mit den blauen Gesichtern und war da sehr viel für ihr Programm und für ihre Auftritte verantwortlich. Auf seinem Weg zu unserem heutigen Interview war er auch künstlerischer Direktor, der Job van der Ende Akademie in Hamburg, der Musicalausbildung von Stage Entertainment, das sind die, die diese wunderbaren Musikl machen, die in dieser König der Leben zum Beispiel, denke ich, die machen die, glaube ich, auch in Hamburg und ja, heute coacht er besonders mit all dieser Erfahrung, die er mitbringt, Moderatoren, Comedians, Referenten und Keynote-Speaker auf ihre Auftritte oder für ihre Auftritte und auch ich durfte schon von ihm lernen und da bin ich ihm immer noch dankbar, er hat mir schon wertvolle Tipps gegeben und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, lieber Matthias Messmer. Herzlich Willkommen. Grüß dich, Gabi, hallo. Lieber Matthias, ein Mensch, der so viele Stufen von berühmten und bekannten Menschen ja auch schon begleitet hat, was bedeutet denn Erfolg für dich? Ja, also Erfolg ist für mich nicht unbedingt jetzt, dass man sagen kann, ich habe jetzt das und das irgendwie, weiß ich nicht, gemacht oder damit jetzt das große Geld verdient oder jetzt, weiß ich nicht, das teure Auto vor der Tür. Also für mich ist Erfolg tatsächlich, wenn man es schafft, ja, dem Leben oder der Gesellschaft, also den ganzen Dingen, die einem manchmal auch so Steine in den Weg legen, also tatsächlich Hürden zu überwinden und dann doch zu einem, ja, erfolgreichen Umsetzen von bestimmten Ideen zu kommen. Also ich habe es da immer, wie gesagt, ja, ich komme ja vom Theater, ich habe es natürlich immer mit Brecht, der immer sagt, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, tun gehen sie beide nicht, also, sei groß und Opa. Und wenn man es dann schafft, trotzdem seine Pläne zu verwirklichen oder überhaupt eine Idee zu haben, wie man bestimmte Dinge voranbringen kann und die nicht an irgendwas scheitern, was man meistens ja nicht in der Hand hat, dann ist das ein Erfolg und der ist nicht immer nur verdient, sondern da spielt ja auch, sagen wir mal, das Glück eine große Rolle. Also Erfolg hat ein klein wenig etwas mit Glück zu tun, aber was bedeutet auch für dich, das heißt, die Hürden überwinden, ob das Steine sind, ob das Löcher sind oder was immer einem so in den Weg gelegt wird. Wie ist das? Also wacht man eigentlich eines Tages als junger Mensch auf und sagt, ich werde Regisseur oder bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Als Kind wollte ich auf jeden Fall Theater machen und da war ich natürlich, also da wusste ich ja nicht, dass es überhaupt so etwas wie einen Regisseur gibt. Aber ich weiß noch, als meine Eltern mit mir das erste Mal zu so einer Veranstaltung gegangen sind von meiner zukünftigen Schule, da war ich ja noch Kindergartenkind und mein Vater hat mir sozusagen so ein bisschen, ja, also mich gefragt, willst du auf diese Schule gehen? Das war eine Waldorfschule, ich gebe es zu. Jetzt kommt natürlich immer gleich die Frage, kannst du auch deinen Namen tanzen? Genau, also da war ich noch völlig naiv und sah, wie die Schüler eben auf der Bühne standen und Theater gespielt haben und das hat mich total fasziniert und mir war sofort klar, das will ich auch. Okay, das heißt, du bist zur Waldorfschule gegangen, weil du Theater spielen wolltest und definitiv deinen Namen tanzen wolltest. Nein, das wollte ich nicht, aber das wusste ich noch nicht, dass das dann auch noch dazugehört zum Lehrplan. Unabhängig davon, dass du das ja dann auf deinen Weg gefunden hast, natürlich mit einem Beruf, den du damals noch nicht definieren konntest, aber die Richtung war schon vorbestimmt. Gab es denn Menschen, die dich mit ihren Lebensgeschichten inspiriert haben? Ja, also es gab, es gab auf jeden Fall meinen, ich nenne es immer meinen Regie-Papa, meinen Regie-Vater. es war ein Regisseur, mit dem ich in Heidelberg zusammenkam, da habe ich damals noch hospitiert, also die allerersten Schritte im professionellen Theater gemacht, nachdem ich ja jahrelang immer in der Schule und auch dann, ja, nee, damals hatte ich tatsächlich noch gar keine Erfahrung mit Regie. Ich hatte also nur in der Schule viel auf der Bühne gestanden und dann war ich da als Hospitant und er beobachtete, wie ich immer wieder für irgendwelche Schauspieler, die gerade nicht bei der Probe verfügbar waren, eingesprungen bin. Ja, guter Mensch von Sechuan, viele, viele kleine Rollen und von diesen kleinen Rollen waren nicht immer alle da und dann bin ich mal in die eine oder in die andere Rolle geschlüpft und habe den markiert, wie es so schön heißt. Und bei der Gelegenheit beobachtete er mich dann und fragte mich dann mal, also er nahm sich wirklich die Zeit für einen Kaffee zwischendurch, was normalerweise am Theater kein Mensch mit einem Hospitanten macht und fragte mich, was ich machen will, wenn ich mal fertig bin mit dem Hospitieren und so und meinte, ja, ich will eigentlich Schauspieler werden und er sagte dann, ja, wieso eigentlich Schauspieler, warum nicht Regisseur? Und da war ich erst mal so ein bisschen irritiert, weil ich das irgendwie so gar nicht so für mich auf dem Schirm hatte und dann meinte er, naja, ich beobachte, wie du da so in diese Rollen einsteigst und du gleichzeitig, während du diese Figuren spielst, über die Haltung der Figur nachdenkst und das ist der erste Schritt des Regisseurs. Okay, schön. Und das war dann der Moment, wo ich so merkte, okay, es gibt noch was anderes, als auf der Bühne zu stehen. Spannend, total gut. Jetzt coachst du oder bist eben nicht mehr der Regisseur für besonders große Veranstaltungen und Theaterstücke, sondern du konzentrierst dich heute auf Einzelpersonen. Wie schaut denn so eine, wobei du auch durch das Veranstaltungen mit deiner Regie begleitest, also das ist schon richtig, immer noch, genau. Wie schaut denn so ein Tagesablauf bei dir aus? Also was ist so dein Tagesgeschäft? Wie können wir uns das heute vorstellen? Das ist im Moment sehr zweigleisig. Also auf der einen Seite gibt es tatsächlich diese Veranstaltungen, die halt jetzt vor allen Dingen online ablaufen. Also muss man ja sagen, es ist ja mit realem Publikum nichts möglich so richtig. Also das ist das eine. Damit bin ich den ganzen Tag beschäftigt, solche Sachen vorzubereiten, ja auch Unternehmen zu beraten. Was macht hier Sinn? Wie kann man sowas gut online machen? Was die letzten Jahre immer Präsenz mit viel, viel Publikum stattgefunden hat, das ist die eine Sache. Und daneben habe ich ja schon jetzt seit einigen Jahren, wie du ja sagst, und weißt eben mit einzelnen Speakern gearbeitet und auch mit Referenten, auch mit Geschäftsführern, also auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht als Speaker hauptberuflich auf der Bühne stehen, aber als Führungskräfte oder Geschäftsführer halt dann doch vor ein Publikum immer wieder treten müssen. Und die Arbeit ist, also die finde ich total spannend. Also man kommt da in die unterschiedlichsten Bereiche, in die unterschiedlichsten Branchen. Man hat es mit Fachleuten zu tun, die ja mitunter auch Bücher geschrieben haben, also die ganzen professionellen Speaker, mit denen ich jetzt die letzten Jahre zu tun habe, so wie mit dir, die haben natürlich einen mega spannenden Background oft, weil sie ja für irgendwas ein Experte sind. Und das finde ich total, ja, also für mich selber total spannend. Also ich lerne da auch jedes Mal selber was. Ich habe bisher eigentlich kaum jemanden gecoacht oder mit ihm seinen Vortrag entwickelt, der nicht irgendwas hatte, was mich dann auch selber fasziniert und auch interessiert hat. Das macht totalen Spaß. Sehr gut. Und ist es ein großer Unterschied zwischen der Regie eines Online-Events oder der Regie eines Live-Events? Und wenn ja, wo liegt dieser große Unterschied? Ja, doch. Also der große Unterschied ist vor allen Dingen, dass diese ganzen technischen Dinge im Vorfeld minutiös geklärt sein müssen. Also da gibt es so viele Optionen, die man erstmal auch den Kunden erklären muss, die ja gar keine Ahnung meistens davon haben, die natürlich, klar, Offline-Events kennen, aber die eben sich so schwer vorstellen können, ja, wie können denn dann unsere Leute auch mal miteinander reden oder Netzwerken, was gibt es da für Tools und Plattformen und so. Und das zu beschreiben und dann auch zu erklären, was wir vor Ort dann alles aufbauen, wie das ineinander greift, das ist echt ganz schön kompliziert. Und da sind die Leute manchmal auch irritiert, wie aufwendig das ist, weil die denken, naja, eine Zoom-Konferenz kenne ich doch, Teams haben wir doch auch in der Firma, ja, das wird doch jetzt wohl nicht sehr viel komplizierter sein und das, wir hatten das jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder mit den Impulspiloten, das war total lustig. Die drei Geschäftsführer standen dann in ihrer Halle, wir sind dann zu denen gekommen und eine Produktionshalle bei denen und da haben wir dann alles aufgebaut und da waren also so etwa sieben Techniker am Start, Kameras und alles und die waren total irritiert, wie aufwendig das ist und dann habe ich ihnen erstmal so zehn Minuten lang alle vorgestellt und erklärt, was wir da eigentlich tun. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig. Und was jeder Einzelne auch für eine Aufgabe mit sich bringt. Ja, ja, also wenn du bei einem Live-Event einen Videokollegen früher hattest, sind es jetzt drei und ich weiß nicht, wie viele Rechner, also wir haben irgendwann mal durchgezählt, wir kamen auf 25 Bildschirme, die wir so insgesamt in der Regie hatten. So ist es ja bei einem Offline-Event normalerweise nicht. Naja, das stimmt, weil man da die Bühne auch so richtig deutlich sehen kann. Ich bin ja im Laufe unseres Interviews später mal die gute Fee, aber lass mich mal eine Minute lang die böse Fee zu sein und du darfst, also als böse Fee sozusagen sage ich dir, du darfst nur noch eines von beiden als Regisseur begleiten. Würdest du dann das Online- oder das Offline-Event nehmen? Oh. Böse Frage. Das ist eine Entscheidung, die möchte ich nicht treffen. Ich weiß, aber muss auch rein theoretisch. Ja gut, also wenn es dann wieder Offline-Events gibt, würde ich die tatsächlich vorziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich auch dem Theater näher. Ich komme ja nicht vom Film. Du hast Blue Man Group erwähnt, mit denen habe ich eine Menge TV-Erfahrungen gesammelt oder eben Events, bei denen dann eben Live-Übertragungen sehr entscheidend waren. Aber es hat mich immer irritiert, dass halt letztendlich, ja, du hast keinen direkten Draht zum Publikum. Und das ist ja auch das, womit alle Speaker und Referenten, mit denen ich jetzt arbeite, ja auch echt am Kämpfen sind. Und das ist unbezahlbar. Also wir hatten ja diesen einen Event bei dem Stuttgarter Wissensforum, wo dann auch mal ein paar hundert Menschen wieder da saßen und eine Live-Band und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, da schlägt natürlich mein Herz höher. Ja, es ist so, da bin ich Theatermensch. Ja, das ist ja auch logisch, gerade weil du eben auch über das Theater kommst und hast da natürlich dann das letzte Quäntchen, auch wenn du das andere sicherlich mit genauso viel Herzblut und Wissen machst, aber das letzte Quäntchen, diese Theaterluft, ja, die soll ja auch sehr, wie soll ich sagen, ansteckend sein, wenn man sie dann mal geschnuppert hat. Genau. Genau. Wann bist du denn jetzt so in diesem Leben, wo du irgendwann als ganz junger Knirps dieses Theater gesehen hast und dich sofort verliebt hast und dann irgendwann diese Rolle des Regisseurs kennengelernt hast? Wann bist du mal über deinen Schatten gesprungen? Was würdest du als besonders großen Schattensprung in deinem Leben bezeichnen? Also der erste Schattensprung war, glaube ich, als ich gefragt wurde, ob ich für Blue Man Group arbeiten will und klar war, dass das alles auf Englisch stattfindet, dass ich dazu auch eine Zeit in Amerika sein würde. Da bin ich ein bisschen über meinen Schatten gesprungen. Ich habe natürlich erst mal gleich gesagt, klar, kann ich Englisch, klar, kein Problem. Aber ich habe relativ schnell dann gemerkt, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wirklich alles auf Englisch zu machen und dann auch noch in so einer speziellen Welt unterwegs zu sein, die ihre ganz eigenen Begriffe auch noch hat. Also da hat mir dann mein gutes Englisch manchmal gar nicht weitergeholfen, weil ich gemerkt habe, da sind Begriffe, die kenne ich nicht, die sind so kreiert worden von Leuten, eben von der Blue Man Group. Also das war schon eine etwas spezielle Welt. Da reinzuspringen war schon, vor allen Dingen eben, ich kam ja aus dem Paralleluniversum des klassischen Theaters, also Stadttheater und ich weiß noch, als ich diesen Anruf bekam, wo es hieß, sag mal, könntest du mal nach Hamburg kommen? Wir haben da eine Show, die soll nach Deutschland kommen, wir können die schlecht beschreiben. Und dann zeigten die mir so Fotos von der Show aus Las Vegas und sagten, naja, die trommeln dann da mit Farbe, die sind blau geschminkt, die sprechen kein Wort. Für den Theaterregisseur aus dem Stadttheater war das alles ein bisschen unvorstellbar. Und sich darauf einzulassen, da kam dann nach einiger Zeit, als ich sagte, ja, könnte ich mir schon vorstellen, kam dann der Anruf, weißt du was, nächste Woche fliegen zwei Techniker nach Las Vegas, hättest du Zeit mit zu fliegen? Und da war ich erst so, um Gottes Willen, wer zahlt das? Ja. So, das war dann der Einstieg in das Show-Universum von Stage Entertainment. Und das war schon ein Sprung über meinen Schatten auf jeden Fall. Mal jetzt abgesehen davon, dass es dir unglaublich viel Erfahrung gebracht hat und natürlich auch deine Bekanntheit massiv erhöht hat, besonders in deiner Branche. Was ist das größte Nutzen, den du daraus gezogen hast, dass du diesen Schattensprung gewagt hast? Eine ganz andere Perspektive auf die Bühne. Also ich muss schon sagen, ich war auch durch die Ausbildung an der Ernst Busch, du hast ja das Diplom schon erwähnt, war ich natürlich wirklich sehr gepolt auf, da gibt es, also auch selbst, wenn du was entwickelst, aber es gibt nachher so ein Skript, es gibt klare Abläufe, Vorgaben, du interpretierst einen Text und so weiter. Und dann eine Show zu, kennenzulernen, in der es das alles nicht gibt, in der schon ein Ablaufplan ein Novum ist, das war für mich schon wirklich ein Sprung ins kalte Wasser und da habe ich eine Menge gelernt. Also da habe ich wirklich eine Offenheit auch kennengelernt dann bei den Machern von dieser Show, die ich eben so vom Stadttheater nicht kannte. Was natürlich jetzt bei dieser Umstellung durch Covid und Zeiten wie diesen alles jetzt auf Digitalisierung wahrscheinlich auch geholfen hat, weil du ja dann auch wieder ohne Regeln arbeiten musstest, weil die Regeln ja erst mal sich entwickeln mussten. Ja, das war der nächste Sprung ins kalte Wasser. Also ich muss sagen, die Digitalisierung beschäftigt mich ja jetzt schon seit etwa fünf Jahren. Also so in der Zeit hat eine Kollegin von mir an mich mal so darauf hingewiesen, dass ich ja so gar nicht digital bin mit allem, was so auf meiner Website sich so tummelt. Und da habe ich dann mal angefangen, eben mal digitaler zu denken. Habe dann auch Leute gecoacht, die weit weg wohnten, also Speaker gecoacht, die dann eben in Wien waren. Und ich habe ein Jahr lang eine Speakerin in Wien gecoacht, immer in Abständen, immer mal wieder mit ihr gearbeitet, ohne dass wir uns live überhaupt kennengelernt hatten. Und das war für mich ein Novum. Und dann eben, ja, so bestimmte Dinge einzurichten, Tools zu entwickeln, mit denen ich jetzt digital mit den Leuten arbeiten kann, das ist ein Prozess. Aber das war auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich konnte mir das erst nicht vorstellen. Also beides waren so Sprünge, wo ich sagen muss, da hat sich dann mein Horizont extrem erweitert. Okay. Das klingt spannend und vor allen Dingen vorbildhaft. Jetzt ist ja so ein Schattensprung etwas, was du von dir aus tust, also was Anlauf braucht, was Energie braucht, was Willen braucht, was Durchhalten braucht. Was ist denn das Beste, was dir passiert ist? Also etwas, wo ich bezeichne es immer ganz gerne, so vom Himmel gefallen ist und wo dann auch zum Universum sagst, oh, Dankeschön, liebes Universum, dass das jetzt passiert ist. Was würdest du als das Beste bezeichnen, das dir passiert ist bis heute oder eine der besten Dinge? Naja, also jetzt so vor kurzem war wirklich das, also da war eben Ralf Schmidt von den Impulspiloten für mich ganz entscheidend, als der eben als der erste Lockdown losging, sagte, okay, wir experimentieren jetzt, wir probieren jetzt mal die Sales-Up-Konferenz online, nur online zu machen. Ich bin jetzt hier in Hamburg mit einem Studio, da ist noch ein Musiker dabei, den du kennst und sonst ist da niemand live und alle anderen werden zugeschaltet. Wir haben noch keine Ahnung, ob das funktioniert. Und dann meinte ich, ja, und was soll ich bitte dabei tun? Und dann meinte Ralf, ich weiß es nicht, aber bitte sei da, komm nach Hamburg. Und dann bin ich so an dem Tag, an dem dann Lockdown war, abends hat die Kanzlerin ihre Ansprache gehalten, saß ich in einem gefühlt letzten Zug nach Hamburg mit meinem Equipment und bin dann da hingefahren. Und das war, ja, schon eine gute Entscheidung damals, weil seitdem haben wir wirklich wahnsinnig viel zusammen auf die Beine gestellt und ich weiß nicht, wenn ich damals nicht nach Hamburg gefahren wäre. Wer weiß, was dann gewesen wäre, aber es wäre auch gut gewesen, nur anders. Ganz sicher. Jetzt bist du öfters ins kalte Wasser gesprungen, hast dich was gebraut, hast den Schattensprung gemacht. Gibt es etwas, wovor du heute noch Angst hast? Ja, generell glaube ich. Ich habe, glaube ich, generell immer Angst, dass Leute von mir enttäuscht sein könnten. Das sage ich ganz ehrlich. Also, dass sie wirklich sagen, ich buche dich jetzt als Coach oder ich hole dich jetzt zu einem Event als Regisseur und dann läuft irgendwas komplett schief und irgendwie sind Leute total enttäuscht. Also, das macht mir immer einen gewissen Druck, was dann dazu führt, dass ich gerade, wenn es um solche großen Events geht, wo eine Menge auch Beteiligte dranhängen, dass ich da schon gerne auch den Auftraggebern am Anfang gleich Dinge auch ganz ehrlich sage. Also, was online gut funktioniert und was online nicht gut funktioniert. Und ich habe dann auch schon mal Geschäftsführern gesagt, lieber nicht 15 Minuten reden, sondern nur sieben Minuten, weil die Zeit online ist nicht die gleiche wie bei einem großen Event, wo die 400 Mitarbeiter alle im Saal sitzen und es ist ein ganz anderes Wir-Gefühl. Da kann man dann 15 Minuten reden oder eine halbe Stunde. Das ist was ganz anderes als online. Und das sind so Sachen, da weiß ich, da gehe ich manchmal auch vielleicht direkter auf die Leute zu, als die das von einer normalen, sag ich mal, Eventagentur gewohnt sind, wo man immer sagt, ja, ja, machen Sie einfach, wie Sie denken, alles wird gehen. Und ich bin dann jemand, der dann auch gerne mal sagt, nee, ich glaube, aber das wird nicht gehen oder nicht gut gehen. Ja, und ich übernehme ja eine gewisse Verantwortung und dann möchte ich natürlich auch, dass die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen. Ein bisschen sehe ich deine Arbeit ja auch so wie eines Archäologens. Das ist mir, das stelle ich mir immer so vor, der so mit seinem Pinselchen, dem Sand, ganz fein säuberlich, dann diese Vase aus der Erde pudelt oder diese Figur oder diese Gottheit. Es ist doch, ja, ein wenig sehe ich deine Arbeit schon so. Du gräbst aus, was da ist und setzt es in Zähne. Du setzt ja nichts rein in den Sand, um in der Metapher zu bleiben. Das stimmt. Also was du, ich verstehe das so, du meinst, dass ich also auch aus den Leuten und aus den Situationen, die da sind, was raushole, was sie vielleicht selber gar nicht wissen. Das auch. Aber ich denke mir auch, wenn du so einem Geschäftsführer sagst, sieben Minuten sind besser als 15 Minuten, dass das nicht nur was damit zu tun hat, ob die Internetleitung soweit durchhält. Davon kann man fast immer ausgehen. Das ist nicht das Problem. Aber wahrscheinlich erkennst du auch, dass sieben Minuten einfach besser liegen als fünfte. Ja, beziehungsweise, ich gucke ja immer als Regisseur mit den Augen der Zuschauer. Und jetzt habe ich genügend Online-Events gesehen und weiß einfach aus diesem Blickwinkel, dass das nach zehn Minuten schon schwierig wird, einfach rein online einem komplexeren Vortrag zu folgen. Und wenn dann da nur noch Powerpoints zu sehen sind und derjenige, der da referiert, nur noch klein als Briefmarke nebendran ist, dann wird es noch schwieriger. Und dann verliere ich irgendwann den Draht zu dem, der da referiert. Der redet dann am Ende noch sehr monoton. Und dann bin ich irgendwann innerlich raus. Und das ist ein Erfahrungswert, wo ich einfach sage, das, ne. Aber dann aus den Leuten das rauszukitzeln, was dann auch online funktioniert und Menschen beim Zuhören auch begeistert oder emotional mitnimmt. Das ist dann so ein bisschen die Kunst. Also Archäologe finden ja einen lustigen Vergleich. Ja, so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Du musst dich ja dann manchmal eben auch sagen, deutlich, und du willst das auch sagen, also deutlich lieber das machen als jenes machen. Also du bist da deutlich auch eventuell beim Auftraggeber. Wie ist das denn denn grundsätzlich so? Hast du denn eine innerste Überzeugung, die du vertrittst, auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht? Naja, das ist so eine gewisse Ehrlichkeit, glaube ich. Also da, ne, kenne ich aus der jahrelangen Arbeit mit Agenturen, dass die das oft nicht so schätzen, wenn man kein Blatt vor den Mund nimmt. Was ja nicht heißt, dass man jetzt unfreundlich irgendwie das Kind im Bade ausschüttet, aber dass man doch an einer bestimmten Stelle auch ein Standing hat und dann sagt, sehe ich anders. Ja, wir können das gerne so machen, wie sie sich das vorstellen, aber mein Tipp oder Vorschlag oder Rat wäre der und das, ja, das reibt sich dann manchmal an dem, was sozusagen von der anderen Seite so eigentlich eher gewünscht ist. Ja, also eher zu sagen, ja, ja, alles klar, machen wir, natürlich. Also nachher sind wir dann ganz furchterlich. Okay. Keiner ist es dann gewesen, also wie gesagt. Ja. Wenn du dich jetzt da durchsetzt und sagst, also ich empfehle wirklich, ich sage immer gerne, statt nach links, nach rechts zu gehen, also das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, sondern einfach nur, um die Differenzierung darzustellen und wenn du da so wirklich eigentlich so auf statt links, auf rechts bestehst, dass wir da in diese Richtung jetzt gehen müssen, gab es dann schon mal eine Katastrophe, hat schon mal jemand gesagt, dann kriegen sie den Auftrag nicht und dann finden wir einen anderen Regisseur, der wird schon machen, was wir ihm sagen oder habt ihr euch am Ende des Tages immer geeinigt und du warst am, ich sage dann immer so am Abend und dann so vor dem Spiegel steht, dann kann man dann sagen, ja, doch, das, Matthias, hat es jetzt gut gemacht, dass du da hart geblieben hast oder gab es dann schon Katastrophen, wo dann gesagt hast, vielleicht hätte ich doch komponistbereiter sein sollen. Naja, sagen wir mal so, es gibt natürlich gerade im Event, also gerade wenn man auf Sendung ist, sage ich jetzt mal, wenn die Sachen laufen, da gibt es natürlich immer auch mal Situationen, wo man gestresst ist oder wo die Techniker oder jemand vor der Kamera gestresst ist und bisher ist das eigentlich immer super gut gelaufen, aber dann lässt man natürlich eine Menge nerven und es kann dann auch schon mal sein, dass man dann vielleicht sich mal im Ton verkreift, also mir ist es in Situationen auch mal passiert, weil ich den Techniker mal angefahren habe oder so, aber das waren wirklich eher so Situationen aus dem Stress, der dann eben ist, wenn alles so live perfekt funktionieren soll. Aber es gibt auch, gab tatsächlich mal einen Auftraggeber, Auftraggeber, der hat sich, der war beratungsresistent, also da haben wir ganz freundlich gesagt, so sehen wir das, das wäre ratsam und er hat gesagt, ja, verstehe ich alles, aber wir machen das so, wie ich das sage und das wurde dann schwierig. Das wurde dann sehr schwierig und das war dann auch ein Auftrag, der dann tatsächlich auch mal nicht richtig so zustande kam, wie sich das alle gewünscht haben. Aber sonst habe ich das eigentlich jetzt sogar in der letzten Zeit eher positiv gespiegelt bekommen, dass ich auch Leute hatte, die sagten, ja, Herr Messmer, Sie haben da schon deutlich gegen gehalten, aber das war gut für uns, weil wir hatten ja noch nie so ein Event und dann wussten wir, wir haben da jemanden, der weiß wirklich Bescheid und der gibt uns auch einen Halt, ja, der ist nicht wachsweich und gibt immer nach und man weiß eigentlich nicht, ist es jetzt wirklich gut, was wir da tun oder nicht, sondern da war ganz klar sozusagen immer wieder auch eine Grenze, die war freundlich, aber bestimmt und dann wussten wir auch, das gibt uns einen Halt. Also ich denke, gerade in orientierungsloser Zeit und wir haben immer noch eine orientierungslose Zeit, weil wir ja so eine Zeit nicht gerade über zehn Jahre Erfahrung verfügen können, egal in welcher Branche, egal in welcher Situation, ist jemand, der eine klare Linie hält und eine klare Linie hat, schon glaube ich auch als sehr positiv wird der wahrgenommen, weil das ist übrigens das eine, etwas fest, das eine Startmöglichkeit, sozusagen in dem Wirrwarr, das, das, das ist schön gesagt, in dem Wirrwarr. Es gab einen Speaker-Kollegen, der mal bei, also in einem Workshop bei mir war, der hinterher sagte, was besonders gut war, war das messmascharfe Instant-Feedback von dir. Okay, das ist mal ein schönes Sitter. Den Begriff war ich natürlich super. Das ist sehr, bei Gerber steckt noch viel Philosophie dahinter, um Wortspiel ganz zu schweigen. Genau, also ich meine, das muss natürlich auf eine Art sein, dass man das Feedback auch annehmen kann und nicht völlig zerstört ist. Also was ich immer wieder mitkriege, ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich hatte da ein Coaching und dann hat derjenige oder diejenige nur gesagt, das geht ja alles gar nicht und dann wurde mein ganzer Vortrag über Bord geworfen und dann stand ich da und hatte nichts so in etwa und das finde ich ganz schwierig. Ja, das ist schade. Und deswegen, dann stimmt dein Bild mit dem Archäologen, dann sehe ich mich auch eher als der, der was freilegt und ausgräbt, was ja da ist, weil die Leute bringen ja alle genug mit. Also jedenfalls habe ich bisher immer nur Leute erlebt, die immer was Spannendes zu erzählen hatten. Und ja, dem muss man sozusagen nur die Bühne schaffen, aber man muss jetzt demjenigen nicht sagen, wie du das machst, ist alles völlig Banane, geht nicht oder so. Ja, das ist auch schade. Aber da wären wir gleich beim richtigen Thema, nämlich was ist denn der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast oder bei anderen gehört hast? Also das zählt doch was auf. Das ist tatsächlich da, also bei der Frage, da fällt mir echt spontan nicht wirklich was ein, weil ich habe eigentlich, muss ich sagen, in meinem Leben bisher das Gefühl gehabt, wenn ich einen Rat bekommen habe, dann konnte ich mit dem auch wirklich was anfangen und was, also dann kam ich damit weiter. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig ein gutes Beispiel dafür. Und ich höre halt, klar, von anderen, also von Leuten, die ich coache, dass sie manchmal ganz merkwürdige Ratschläge bekommen, die ich oft auch gar nicht nachvollziehen kann oder wo ich so denke, ja, das ist so eine ganz bestimmte Perspektive, aus der heraus das gesagt wurde, aber konkret habe ich da gar nicht so richtig Antwort. Und wenn diese Menschen, diese Ratgeber dann aus einer bestimmten Perspektive einen bestimmten Rat geben, dann hat das ja oft was mit Typikivität zu tun. Und da fängt ja dann schon fast wieder der Geschmack an. Das ist nicht alles, was immer jeder Coach sagt, ist wirklich eine Coaching-Aussage, sondern manchmal, und dann ist es, glaube ich, auch kein echtes Coaching, sondern Geschmacksäußerung. Ja, und die sind dann gerade gerne auch unter der Gürtellinie, wo man sagt, das war so destruktiv, das bringt gar nichts. Ich finde, man muss immer mit dem arbeiten, was die Leute mitbringen. Also man kann nicht einfach sagen, der ganze Vortrag ist scheiße. Ja, also sorry. Was ist das für ein Satz? Ja, also was bringt mir das denn? Also oder dann zu sagen, ja, hast du dieses oder jenes Buch gelesen? Nee, hast du nicht. Ja, dann kannst du zu dem Thema nichts sagen. Toller Rat. Bringt mich weiter als Redner oder als Speaker. Also nee. Also das ist oft wirklich sehr subjektiv, was da kommt. Ich muss sagen, ich bin natürlich durch eine Schule gegangen, in der, also Theater ist ja wahnsinnig subjektiv. Und unseren Dozenten an der Ernst Busch damals war das auch völlig klar, dass man natürlich, wir mussten ja Szenenstudien machen, das heißt, wir mussten mit zwei Schauspielern in einer Szene arbeiten, wir hatten dann zehn oder zwölf Proben und haben diese Szene erarbeitet, also klassisches Szenenstudium, aber halt mit zwei Profis. Was nicht einfach war, wenn du da als Regieanfänger dann da zwei gestandene Schauspieler oder Schauspielerinnen hast, die dir dann sagen, wie es richtig geht. Ja, da muss man dann auch erstmal eine Autorität entwickeln an bestimmten Punkten. Aber das war immer klasse, dass dann halt unsere Dozenten sagten, okay, wir bewerten das jetzt, aber wir versuchen es nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten zu bewerten, sondern wirklich nach dem Handwerklichen. Das zu trennen voneinander ist verdammt schwer. Aber da ging es dann letztendlich immer um so ganz handwerkliche Sachen. Was war denn da eigentlich der Vorgang in der Szene? Wurde der auch erzählt? Die Mittel sind dann egal, wenn der Vorgang sich erzählt hat, dann war jedes Mittel recht. Aber wenn vorher auf dem Papier ein anderer Vorgang sozusagen analysiert wurde und dann spielte sich auf der Bühne irgendwas ab, dann waren die natürlich gnadenlos und sagten ja, aber die Story hast du leider nicht erzählt. Und es war dann nicht, ja, das war scheiße oder das hat uns nicht gefallen, sondern ganz konkret, was hat sich erzählt für den Zuschauer und was nicht. So gehe ich auch jetzt an meine Coachings ran, dass ich sage, ja, also wird das, was du dir vorgenommen hast an Botschaft oder an, keine Ahnung, konkreten Dingen, die Menschen verstehen sollen, wird es transportiert oder nicht? Und wenn es nicht transportiert wird, dann müssen wir dran arbeiten. Damit sind wir dann sozusagen beim Gegenteil, nämlich dem guten Ratschlag. Das heißt, die andere Seite, was war denn der beste Ratschlag, den du entweder selber bekommen hast oder bei anderen gehört hast? Ja, also die Geschichte, die ich anfangs erzählt habe mit meinem Regievater, das war schon auch, das war ja ein Rat letztendlich. Es war ja, er hat eine Beobachtung geäußert und damit ja mir eine Tür aufgemacht, zu sagen, vielleicht, musst du gar nicht unbedingt auf die Bühne, wenn du Theater machen willst. Und das hat, ja, das hat eigentlich eine Lawine ins Rollen gebracht, weil dann habe ich tatsächlich mich ja, also da gab es eine Fortsetzung davon, ein paar Jahre später, als die Mauer gefallen war und ich auch schon in Berlin lebte, gerade nach Berlin gezogen war, 1989, kurz vor dem Mauerfall kam ich ja nach Berlin und hatte da noch nicht so einen richtigen Plan, wie ich jetzt tatsächlich Regie lernen kann, weil es gab an der Schauspielstudie im Westen keine Ausbildung für einen Regisseur, es gab überhaupt im Westen nicht wirklich eine ernstzunehmende Regieausbildung, sage ich jetzt so herablassend, weil es sie halt nur im Osten gab. An der Ernst Busch gab es die halt mit, Szenenstudium mit und so weiter. Das war ein richtiges Programm, was über mehrere Jahre ging und das war nicht vergleichbar und dann sagte eben eben mein Regiepapa, der Peter Kock, der ja auch selber Schauspieler und Regisseur am Theater war, erfolgreich, der war eben auch Dozent an der Schauspielschule West, an der UdK, damals noch HDK und der sagte zu mir, du, ich war da jetzt letztens im Osten drüben in diesem kleinen Theater da von der Schauspielschule hier von der Ernst Busch in einem BRT-Studio-Theater. Also die haben ja eine großartige Aufführung hier gerade von den Räubern zu laufen und die Schauspieler sind toll und wenn die so tolle Regisseure auch ausbilden, dann musst du da hingehen. Und diesen Rat habe ich 1990 im Frühjahr befolgt und das hat dann geklappt, aber das war eine Weichenstellung. Sehr schön. Wenn die dir stundenlang mit deinen Geschichten zuhören. Ja, ab sofort bin ich die gute Fee, die böse war ich ja vorhin schon mal und ich erfülle dir jetzt drei Wünsche. Und einer der Wünsche ist, dass du mit jemandem zum Essen gehen kannst. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und wenn du die Person genannt hast oder die Personen, dann auch weshalb. Und die Person kann natürlich noch im Hier und Jetzt sein, sie kann aber auch schon längst in einer anderen Welt wandeln oder vielleicht sogar, gerade als Theatermensch, eine Figur in einem Stück, in einem Buch, in einem Film sein, weil dich der Charakter eben sehr beeindruckt hat. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen? Ja, da muss ich jetzt mal eine Sekunde nachdenken. Also, puh. Wer war denn der Erste, der dir durch den Kopf oder die? Das hat mit meiner Arbeit gar nichts zu tun. Das macht ja nichts. Das wäre dann Angela Merkel, wenn ich gerne einmal über den Corona-Lockdown gerne mal reden würde. Wissend, dass sie natürlich nicht alleine dafür verantwortlich ist, wie es gerade läuft. Aber das ist natürlich was, was mich schon sehr beschäftigt, weil ich natürlich um mich herum ja auch sehe, was es mit unserer Gesellschaft so macht und vor allen Dingen mit ganz bestimmten Teilen der Gesellschaft. Also, das Verrückte ist ja, auf der einen Seite hast du Leute, die auch durch Lockdown und durch diese ganzen, ja, Dinge, die so verhängt werden, ein gigantisches Geschäft machen oder zumindest stabil im Markt bleiben können in ihrer Branche und dann hast du aber eben die gesamte Kunst und Szene, insbesondere natürlich alles, was live auf der Bühne stattfindet, Theater und Musik. und da findet eben gar nichts statt und ich habe natürlich eine Menge Menschen in meinem nahen Umfeld, die davon heftigst betroffen sind. Heftigst. Die wirklich seit dem letzten Frühjahr nichts zu tun haben und darunter wahnsinnig leiden und sich auch noch Gedanken machen müssen, wie sie ihre Familie ernähren. Definitiv. Und ich denke, so ein Essen mit Merkel zu diesem Thema wäre sicherlich auch spannend, denn auch wenn ich ihr unterstelle, dass sie in allen möglichen Facetten versucht, das Beste für alle heraus zu entscheiden, ist es natürlich in der Position einer Politikerin sehr schwer, sich in die Position einer Künstlerin oder Künstlers zu versetzen und zu wissen, was denn so eine Aussage bedeutet. Ihr dürft nicht mehr auftreten, ihr dürft das alles nicht mehr machen. Egal, wie positiv der Beweggrund dafür ist und vielleicht wären manche Entscheidungen nicht nur von Frau Merkel, sondern auch von uns anders, wenn wir mehr in der Lage wären, uns in die Schule des Anderen zu versetzen und die Bedeutung dessen, was wir gerade ausgesprochen haben, auch kennen würden, nämlich in Augen der Person und nicht in wem, der es jetzt ausspricht. Deswegen kann ich mir so am Abend das sicherlich spannend vorstellen. Ich weite mal das Feld aus der Betroffenen. Ich habe jetzt über die Künstler gesprochen, aber alle Menschen, die jetzt zu Hause im Homeschooling Kinder betreuen und unterrichten müssen, sagen wir es doch mal, wie es ist, alle die, die ich da kenne, sind auch wirklich schwer gefordert und teilweise auch überfordert. Und das ist auch so eine Sache, wo ich so denke, ja, die Leute, die letztendlich zu entscheiden haben, wenn ich mir sich angucke, welche Politiker dafür verantwortlich sind, die haben alle keine Kinder. Ja, das ist klar. Unabhängig davon ist offensichtlich die Verteilung des Virus weiterhin gerade da auch sorgt gewesen. Jetzt, was ist richtig, was ist falsch. Aber da würden wir jetzt ganz weit weg von unserem Thema kommen. Nur ich glaube schon, dass Gespräche mit Menschen, die Entscheidungen über andere Menschen treffen und das durchaus zu Recht und vielleicht sogar die richtigen Entscheidungen, wer weiß das denn immer genau, erst sicherlich immer in der Unkenntnis dessen tun, was es für den anderen bedeutet, weil wir dazu, altes Spritwort, in den Mokassinen unseres, ja, Gegenübers, unseres Partners, mal wenigstens 1000 Schritte, glaube ich, muss man gehen oder 1000 Meilen, ich habe es vergessen, aber da steckt viel Wahrheit, Anita, es ist schwer, das uns zu verstehen. Okay, also ich weiß jetzt, was ich dazu rede, zumindest essenstechnisch für dich tun sollte. Das ist das eine, also du könntest aber auch gerne mit Hamlet mal noch einen Termin ausmachen, wenn das möglich ist. Hamlet, okay. Da hätte ich auch noch so ein paar Fragen. Okay, gute Idee. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, ja, also mit der Theaterfigur des Hamlet will ich auch noch mal essen gehen. Okay, ja, jetzt wird schon anspruchsvoll, meine Arbeit, ich komme trotzdem zum zweiten Wunsch und der zweite Wunsch ist, wenn du heute Nacht schläfst, werde ich geflogen kommen und dir ein goldenes Pülfchen über dich streuen und wenn du morgen früh aufwachst, hast du eine neue Eigenschaft, eine neue Fähigkeit. Was hättest du gerne? Tja, das ist schwer zu beschreiben, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wenn in der Kommunikation zwischen Menschen, was schiefläuft und diese Missverständnisse immer unterwegs sind, also da vermitteln zu können, auch in eigener Sache natürlich, weil ich merke ja, ich werde ja auch immer mal wieder missverstanden und dann sind Leute total gekränkt und so weiter, also diesen Vermittlungsprozess besser steuern oder unterstützen zu können, dass er friedvoll und produktiv verläuft, das wäre so meine, etwas, was ich gerne noch besser oder überhaupt könnte. Ja, Kommunikation ist ein unglaublich hochwertiges Technik, entscheidet über Erfolg und Misserfolg und alles, also da noch besser zu sein, ist definitiv ein Wunsch, der Sinn macht, würde ich sagen. Also ich streng mich an beim Püffelchen verstreuen und dann kommen wir zum dritten Wunsch und der dritte Wunsch, den ich dir erfülle, ist eine Reise und zwar eine Reise zu deinem jüngeren Ich, zum Matthias, als er noch sehr, sehr jung war, das Alter kannst du gerne entscheiden, aber wenn möglich, außer es gibt einen bestimmten Grund, unter 20, was würdest du, in welches Alter würdest du reisen und was würdest du dem Matthias von damals mit der Erfahrung von heute gerne auf den Weg gehen? Also, naja, mit dem Sprung ins Wasser, also das ist ja das, also bei dir geht es um den, über den Schatten zu springen, war für mich in meiner Jugendzeit echt nicht einfach, also ich glaube, ich habe mich, also auf der Bühne habe ich mich sehr viel getraut zu äußern, aber so im direkten Miteinander mit Menschen war ich immer, glaube ich, ziemlich eher, ja, eher scheu und eher vorsichtig und bin da nicht gerne so ins kalte Wasser reingesprungen, also mal auch auf Leute zuzugehen und also proaktiver zu sein, also das ist was, das würde ich, glaube ich, meinem jugendlichen Ich noch im Nachhinein gerne Mut machen, also nicht, mich immer so zurückzuhalten und vorsichtig zu sein und dreimal zu überlegen, was ich sage und das tue ich immer noch, wie du ja siehst, denke ich ja auch immer mal einen Moment lang drüber nach, was jetzt genau mein Wunsch wäre, aber in diesem Zusammenhang mit dem über den Schatten springen, finde ich genau, das war immer für mich eine Hürde, also wirklich auf Leute zuzugehen und auch mal was von mir zu zeigen und zu äußern, was dann vielleicht für die, wie auch immer, aufgenommen wird und so, also das war für mich auch so ein Sprung über den Schatten eben auch in den letzten Jahren, mein Business mehr nach vorne zu stellen und mich auch mehr nach vorne zu stellen, also Workshops zu geben, mich auf die Bühne zu stellen und mal einen Impulsvortrag zu halten und so weiter, also mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, sichtbarer zu werden, auch eine Website zu machen, auf der ein großes Foto von mir zu sehen ist, alles solche Sachen, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Als Regisseur bin ich da immer im Hintergrund geblieben und die anderen standen immer auf der Bühne und das hat sich die letzten Jahre tatsächlich geändert und mit der Erfahrung würde ich jetzt meinem jugendlichen Ich sagen, sei mutiger, geh mal mehr nach vorne, geh mal mehr aus dir raus, lass die anderen mal mehr teilhaben an dem, was mit dir gerade los ist und halte dich nicht so zurück. Ich denke, die Regisseure, die in dieser Welt sehr berühmt und sehr bekannt sind, arbeiten ja auch letztendlich im Hintergrund, aber sie haben auch, glaube ich, sehr viel talent, sich in Szene zu setzen, sie sind sehr laut, wobei das ja schon auch ein kleiner wahnsinniger Widerspruch ist, dass du einerseits ja die Menschen vor dir auf die Bühne bringst und zum Glanze erstrahlen lässt, was automatisch bedeutet, dass du natürlich dich zurück und herausnehmen musst und auf der anderen Seite Erfolg hat natürlich viel auch damit zu tun, dass es anderen bewusst wird und das hat wieder was mit Lautstärke und selber auf der Bühne und sei es mal eine imaginäre, zu stehen. Also ich denke mir, das ist schon eine Herausforderung, wo man so auch einige Jährchen dran knabbert, um das so hinzukriegen, wenn man nicht irgendwie aus einem Grund da ein Riesentalent dafür mitbringt, aber das ist dann wieder eine andere Gabenverteilung gewesen, die es dann ja irgendwie gab. Sehr spannend, also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Weil wir jetzt bei dem Thema sind, was ist dir denn, also die Fee ist weg, du sagst so, es ist in Märchen wie im richtigen Leben oder im Leben ist wie ein Märchen, drei Wünsche und schon ist sie wieder weg, die Fee. Was ist dir denn in der letzten Zeit gut gelungen? So eine Sache, wo du sagst, ja, da bist du richtig stolz drauf, weil es dir sehr gut gelungen ist. Also was mir sehr, also was ich glaube, was ich mitgekriegt habe, was mir wirklich ziemlich gut gelungen ist, also ich habe ja lange dran gearbeitet, wie kann ich eben online mit Menschen an ihren Vorträgen arbeiten, an dem, wie sie sich präsentieren, auch gerade jetzt im Netz und vor der Kamera mit einem YouTube-Film und so weiter. Und ich habe lange dran gearbeitet, die Vortragswerkstatt, nenne ich das, auf die Beine zu stellen und das war tatsächlich doch nochmal ein richtig großer Schritt, wo ich auch, ja, auch ziemlich viel Nerven gelassen habe im Vorfeld, weil, ne, auch technisch nicht immer das alles gleich so auf Anhieb klappt und ich das ja auch bewerben musste, also da musste ich in die Öffentlichkeit, um die Leute dafür überhaupt zu interessieren, ihnen klarzumachen, was das kann und was das mit ihnen auch bringt, für sie bringt und dann liefen aber diese Sessions sehr gut, weil das ist ja so eine Mischung aus, es gibt Dinge, die kann ich online für mich bearbeiten, die kann ich abrufen und da kann, also ich als Teilnehmer und ich als Matthias kann mit den Leuten da auch arbeiten und kann ganz konkret ihnen Vorschläge und Ideen geben und ihr Feedback geben und dann gibt es eben diese Session, wo die ganze Gruppe immer zusammenkommt, zweimal die Woche, zwei Stunden jeweils und das ist eine Menge, ja, auch Online-Zeit, die du ja auch vorbereiten musst und die Gruppe ja führen musst, obwohl du die Leute ja gar nicht wirklich kennst, also es gab nur ein, zwei Teilnehmer, die ich vorher schon kannte und alle anderen waren für mich auch komplett neu und das dann gut zu steuern, dass die nach drei Wochen dann zu einem guten Ergebnis kommen und nachher alle ganz glücklich sind, und das ist gelungen und da bin ich auch sehr stolz drauf, aber das war nicht von Anfang an 100 Prozent klar, also ich war da sehr zuversichtlich, aber ich habe es ja vorher noch nie gemacht, so in dieser Form und das war so ein, auch, ja, ins kalte Wasser springen, über den Schatten springen und das ist, ja, da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf und das werde ich jetzt natürlich wiederholen. Super, sehr schön, das freut mich sehr für dich. Was macht dich denn in Zeiten wie diesen oder vielleicht sogar generell sehr zuversichtlich? Also was mich zuversichtlich macht, ist, dass ich beobachte, dass viele Menschen tatsächlich mehr eine Offenheit entwickeln, mit ja nie dagewesenen Situationen adäquat, so gut es geht, produktiv, auch kreativ umzugehen. Also sich Lösungen zu überlegen, auf Ideen zu kommen, auch mitunter spontan richtige Entscheidungen zu treffen und, ja, Dinge möglich zu machen, die vielleicht vorher gar nicht so denkbar gewesen sind. Also ich kann jetzt gar nicht ein konkretes Beispiel nennen, aber ich lese immer wieder von Leuten, die plötzlich eine Idee hatten und gesagt haben, ich mache das jetzt einfach mal, weil das hilft anderen oder das hilft älteren Menschen, die jetzt nicht auf die Straße können, einkommen, was immer. Also dass ich immer wieder beobachte, dass da eine Menge Ideenreichtum und auch so ein Gefühl von Zusammenhalt irgendwie entsteht, im besten Fall. Das macht mich sehr zuversichtlich. Der gute Kern der Menschen doch irgendwo ist, aber auch der flexible Kern, ja? Ja. Ja, dann sind wir bei der letzten Frage unseres Interviews angelangt. Wie lautet denn dein letzter Rat, Hinweis, Aufruf, wenn möglich in einem Satz, den du gerne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer so als letzten Satz mitgeben möchtest? Ja, meinen Satz, den habe ich jetzt letztens auch schon öfters mal genannt bei diversen Gelegenheiten und warte nicht auf bessere Zeiten. Was ich damit meine ist, ich habe ja mit einer Menge Referenten und Speakern und Menschen zu tun, ich nenne die auch immer Botschafter, das sind ja nicht immer Leute, die hauptberufliche Speaker sind, sondern die haben vielleicht, wie gesagt, sind Experten oder sind Unternehmer und wollen aber was Bestimmtes ja auch bewirken und wollen auch mal auf der Bühne oder vor der Kamera Menschen dafür begeistern. Und warte nicht auf bessere Zeiten heißt für mich im Moment, wir wissen nicht genau, wann es wieder richtige Bühnen gibt, ich wünsche es mir natürlich sehr, aber die digitalen Möglichkeiten, so merkwürdig sie auch sich anfühlen, sind trotzdem ja ziemlich genial. Man kann eine Menge machen. und ich finde es ganz wichtig, dass Leute nicht sagen, ich traue mich das nicht und ich bleibe mal lieber hier und warte mal und wenn es dann soweit ist, gehe ich wieder auf die Bühne und so, sondern dass sie trotzdem was ausprobieren, dass sie mutig sind und sagen, ich springe da jetzt mal über meinen Schatten, ich probiere jetzt mal eine Technik, mit der ich vielleicht noch gar nicht gearbeitet habe, aus, aber darüber erreiche ich jetzt tatsächlich auch Leute, die von meiner Botschaft auch erfahren sollen. Und da kann ich nur alle ermutigen. Das meine ich mit Warte nicht auf bessere Zeiten ist natürlich ein Zitat von Wolf Biermann, ganz komisch. Insofern ist es nicht wirklich von mir der Spruch, aber ich finde den gerade im Moment wahnsinnig aktuell und sehr bedenkenswert. Man muss gute Zitate, gute Äußerungen, gute Motivationsschätze ja nicht neu erfinden, man muss sie nur in Gebrauch halten und ich finde, warte nicht auf bessere Zeiten. Einen wunderbaren Satz und einen wunderbaren Abschluss für unser Gespräch. Gut, dass wir das jetzt geführt haben und nicht später. Und ich danke dir von Herzen für all das, was du erzählt hast. Sehr spannende Geschichten. Vielen Dank. Und Gabi, was hat dich letzte Woche überrascht? Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal an einer Ampel mit deinem Auto gehalten oder vielleicht auch in einem Bus oder in einer Straßenbahn und hast du die Autofahrer rechts und links von dir beobachtet und hast dann jemanden dabei erwischt, der ganz genüsslich in der Nase bohrte. Sicherlich hast du das auch schon das eine oder andere Mal gesehen und dich vielleicht auch ein wenig gewundert, aber dieses, wie nennt man das so schön, unziemliche Verhalten sieht man nicht nur an der Ampel im Auto rechts und links, sondern das erleben wir, Coaches, Trainer, Redner, die ja jetzt sehr, sehr viel online arbeiten, also über die Kameras Webinare und Seminare machen, auch bei den Teilnehmern und Zuschauern immer wieder, dass sie gelegentlich, ich bleibe mal bei dem Begriff unziemliches Verhalten an den Tag legen und ich habe mit einer Kollegin in der letzten Woche einmal darüber diskutiert, warum das so ist. Weshalb machen wir Menschen das und ich will gar nicht ausschließen, dass mir das nicht auch schon mal passiert ist. Gut, nicht an der Kamera, da bin ich ziemlich wachsam, aber im Auto, naja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, dass mir das noch nie passiert ist. Aber es gibt tatsächlich jemanden, der darauf eine Hypothese entwickelt hat und zwar ist das Sören Al-Hubay vom Berufsverband Deutscher Psychologen und ihre Hypothese lautet, dass das Auto für viele Menschen eine Art mobiles zu Hause ist. Außerdem ist es ein geschlossener, geschützter Raum, weil ringsherum um uns herum hier etwas ist, auch wenn das durchsichtig ist, nämlich anhand der Fensterscheiben. Man fühlt sich wohl und sicher, weil man das kennt, das Auto, weil man da drin sitzt und desto wohler und sicherer man sich fühlt, desto mehr sinkt eben unsere Schamgrenze, beziehungsweise wir vergessen sie einfach und dieser Wohlfaktor steigern wir durch unseren Lieblingsradiosender, durch unsere persönlich angepasste Sitzposition, die Spiegeln sind auch so, dass man gut was sehen kann, vielleicht haben wir sogar noch die einen oder anderen kleinen Deko-Elemente im Auto und schon haben wir das Gefühl, in unseren Privaträumen zu sein und in diesen Privaträumen bewegen wir uns halt auch privat. Das gleiche Phänomen gilt übrigens auch für Menschen, die in ihren vier Wänden leicht begleitet oder vielleicht sogar ganz nackig durch die Wohnung laufen, obwohl Fremde durch das Fenster hereingucken können und man sich das irgendwo auch im wachen Bewusstseinszustand klar ist, aber weil in unserer Wohnung ist es natürlich noch viel höher mit dem Wohlfühlfaktor, zumindest in den meisten Wohnungen und wir dann irgendwie das Gefühl haben, wir sind hier geschützt und keiner kann was sehen, auch wenn die Fenster komplett auf sind oder eben auch nicht, ja sagen wir mal, durch sogenannte Vorhänge oder ähnliches geschützt sind und Al-Rubay meint, dass einige Menschen vielleicht auch den Sichtschutz von abgeduldeten Autoscheiben oder dünnen Vorhängen ja, überschätzen. Also das ist die Erklärung und vielleicht veranlasst dich diese Erklärung, wenn du beim nächsten Mal wieder rechts und links guckst und da unziemliches Verhalten erspäßt, zu schmunzeln und zu denken, mein Gott, sind wir alle menschlich. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Schmunzler. Weißt du, ich bin total gespannt und würde so gerne wissen, was bei deinen Johari-Adjektiven, also Johari-Eigenschaftswörtern herausgekommen ist. Ich wünsche dir jedenfalls aus tiefstem Herzen, dass du einige überraschende, positive Aussagen zu deinen Eigenschaften bekommen wirst und ich wünsche dir außerdem, dass diese Erkenntnisse, die du daraus gewinnst, dir anschließend helfen, deinen nächsten Schattensprung erfolgreich zu meistern. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, denn du hast nur das eine. Mach etwas daraus. Ganz viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.